Spiegel Coaching – Angst bewältigen Folge 2 – Früchte des Muts Oh Schreck, eine Spinne! Ein kleines, schwarzes, achtbeiniges und völlig harmloses Tier flößt manchen Menschen so große Furcht ein, dass sie fluchtartig den Raum verlassen. Wenn schon der Anblick einer kleinen Spinne Unruhe bis hin zu Panik auslöst, spricht man von einer Phobie. Doch nicht nur Tiere, sondern auch bestimmte Situationen können Menschen Angst machen. Mit den Namen von Phobien ließen sich ganze Quiz-Sendungen bestreiten. Was ist zum Beispiel die Pternophobie? Die Angst vor Federn. Koprastasophobie? Angst vor Verstopfungen. Hedonophobie? Angst vor Spaß und Wohlbefinden. Metrophobie? Angst vor Gedichten. Phobophobie? Die Angst davor, Angst zu haben. Sesquipedalophobie? Es ist die Angst vor langen Worten. Oder ein modernes Phänomen? Nomophobie? Die Angst, ohne Handy zu sein. Was für wenig Furchtsame unterhaltsam klingt, kann für Betroffene zur Qual werden. Der römische Kaiser Augustus soll in Panik geraten sein, wenn er Gewitterdonner hörte. Unzweckmäßig für einen Herrscher, der Macht und Sicherheit ausstrahlen will. Die Schauspielerin Nicole Kidman fürchtet sich ausgerechnet vor Tieren, die als Sinnbild für Schönheit gelten, Schmetterlingen. Künstler und Künstlerinnen sind auffällig anfällig für Phobien. Sängerin Barbara Streisand litt so sehr darunter, bei einem Konzert in New York ihren Songtext teilweise vergessen zu haben, dass sie jahrelang nicht mehr öffentlich auftrat. Ähnlich Lawrence Olivia. Der Schauspieler vermied es, auf der Theaterbühne ins Publikum zu schauen, weil er fürchtete zu versagen. Dabei wussten Streisand und Olivia aus Erfahrung, wie man damit umgeht, auf der Bühne zu stehen und beobachtet und bejubelt zu werden. Eine Rede zu halten, als Schüler vor einer Klasse mit einem Referat zu bestehen, in einer mündlichen Prüfung unter den Blicken einer Jury etwas leisten zu müssen. Schüchterne Menschen fürchten sich davor. Manchen fällt es schwer, einen Fremden anzusprechen. Die Ängste davor, negativ von anderen Menschen beurteilt zu werden, heißen soziale Phobien. Die zweite Art von Phobien sind die spezifischen, also die Ängste vor bestimmten Objekten oder Situationen, die eigentlich ungefährlich sind. Woher Phobien rühren, ist nicht immer einfach zu sagen. Einem Baby ist angeboren, wenn es vor einem unbekannten Gesicht fremdelt. Angst vor giftigen Spinnen und Schlangen ist verständlich. Wer zusammenzuckt, wenn er einen Hund knurren hört, wurde vielleicht mal gebissen. Eine Spritze in den Arm gestochen zu bekommen, kann halt wehtun. Unter Trypanophobie zu leiden, wäre also kein Wunder. Und es ist logisch, dass es etwas mit einem macht, wenn man vor Publikum plötzlich kein Wort mehr herausbringt. Manche Phobien werden von Generation zu Generation weitergetragen. Ein Kind, dessen Mutter sich vor Mäusen fürchtete, wird vielleicht als Erwachsener genauso reagieren, wenn ein Nagetier vor den Füßen vorbeihuscht. Weniger leicht zu erklären ist, warum jemand Angst hat, sich in engen Räumen wie im Fahrstuhl aufzuhalten oder aber weite Plätze zu überqueren. Es ist unproduktiv, Ängste und Phobien offensiv zu bekämpfen. Es lohnt aber durchaus, sich der Angst zu stellen und sie so zu entkräften. Egal, ob sie Angst haben, vor großen Gruppen zu sprechen, U-Bahn zu fahren, ihre Chefin um eine Gehaltserhöhung zu bitten oder bestimmte Grübeleien einfach mal ruhen zu lassen, reflektieren sie hier in Ruhe, was anders wäre, wenn sie sich nicht vermeidend verhalten würden, sondern den Mut fänden, die angstmachende Situation auszuhalten oder wiederkehrende Grübeleien zu unterbrechen. Eine Checkliste hilft Ihnen nun dabei, gute Argumente und damit auch eine starke Motivation zu finden, sich der Angst zu stellen. Überlegen Sie, welche ein oder zwei Punkte auf Sie und Ihre Situation zutreffen. Wenn ich mich meiner Angst stellen würde, dann könnte ich wieder mehr Leute treffen, die ich mag, eher einen Partner, eine Partnerin finden, meinen Aktionsradius erweitern, in andere Städte oder Länder reisen, meinen Alltag unbeschwerter genießen, für mich selbst und meine Bedürfnisse und Wünsche einstehen, besser schlafen und gelassener sein, mehr Zeit für mich, meine Hobbys und Interessen haben, mehr Geld oder bessere Möglichkeiten haben, zeigen, was mir wirklich wichtig ist, was ich gerne möchte oder mag, mich freier und unabhängiger fühlen. Haben Sie ein oder zwei gute Gründe gefunden, sich Ihrer Angst zu stellen bzw. Dinge zu tun, obwohl Sie davor Angst haben? Dann schreiben Sie diese Gründe auf einen Zettel und hängen Sie ihn sichtbar an einem privaten Platz auf, zum Beispiel am Schreibtisch, in einer Küchenecke, am Nachttisch. Dieser Merkzettel kann Ihnen helfen, die weiteren Schritte zu meistern. Sie wissen dann, wofür Sie es tun. Und was ist der nächste Schritt? Dass Sie sich der Angst in einem Experiment stellen. Wie das funktioniert, erfahren Sie in der nächsten Folge des Coachings. Spiegel Coaching Angst bewältigen Spiegel Coaching Spiegel Coaching Spiegel Coaching Spiegel Coaching Spiegel Coaching Spiegel Coaching